Er war der kleine Große oder große Kleine, der so weit gesprungen ist, der Flo vom Fichtelberg, so sein Spitzname, schrieb Skisprunggeschichte, gewann als erster alle Springen der Vier-Schanzen-Tournee und holte dazu noch drei Olympiasiege. Heute, vor 60 Jahren, wurde Jens Weißflog geboren. Steffen Hudemann berichtet. Er ist die vielen Stufen hinauf gestiegen, jetzt sitzt er da, auf der Paul-Ausser-Leitner-Schanze in Bischofshofen. Der junge, schmächtige Mann mit der Startnummer 91, dunkelblauer Anzug, Hammer und Zirkel auf dem Arm. Rund 100 Meter unter ihm jubeln die Zuschauer. Ciao, nun Jens Weißflog mit seinen 55 Kilogramm, die er auf die Skier bringt. Der kleine und doch so große Springer, die Entdeckung auf der Tournee. Doch der erst 18-Jährige aus Oberwiesenthal im Erzgebirge lässt sich davon nicht beeindrucken. Jens Weißflog gewinnt im Bischofshofen mit 257,2 Punkten. Ein riesen Abstand. Mit diesem Sieg beim Dreikönigsspringen der Vier-Schanzen-Tournee 1983 springt der kleine Sachse oder der Flo vom Fichtelberg, wie er auch genannt wird, auf die ganz große internationale Bühne. Quasi aus dem Nichts. Es gibt im Skispringen immer so Beispiele, die von heute auf morgen vorn sind, sich dann dort etablieren. Das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen dieser Sportart. Und er etabliert sich schnell. Schon ein Jahr später wird er erstmals Gesamtsieger der Vier-Schanzen-Tournee. Überhaupt ist 1984 ein perfektes Jahr für ihn. Er holt den Gesamt-Weltcup und triumphiert bei den Olympischen Winterspielen in Sarajevo. Jens, Jens, je aufs Janze möchte ich berlinerisch sagen zu dir als Erzgebirgler. Und flieg, und flieg und treibe den Sprung und lande sicher. Weißflog hat gewonnen! 1985 wiederholt er seinen Sieg bei der Vier-Schanzen-Tournee. Jens Weißflog ist in der DDR jetzt ein Volksheld und Vorzeigeathlet. Jens Weißflog. Nett, bescheiden, manchmal fast schüchtern. Und doch ein ganzer Kerl. Das Fernsehen porträtiert ihn privat. Er bekommt den vaterländischen Verdienstorden und wird sogar als Kandidat zur Volkskammer nominiert. Die Mitglieder unserer DDR-Mannschaft haben... Sein großer sportlicher Rivale ist in diesen Jahren der Finne Martin Nikkinen. 1988 bei den Spielen in Calgary holt der dreimal Gold. Jens Weißflog geht leer aus. Aber schon ein Jahr später ist er zurück, wird Weltmeister. Sein letztes Gold für die DDR. Aus der DDR wird die gesamtdeutsche Bundesrepublik und zur politischen Systemumstellung kommt für den Athleten noch eine sportliche Revolution hinzu. Denn seit den frühen 90er Jahren führen die Springer die Skier nicht mehr parallel zueinander, sondern auseinandergespreizt in V-Form. Weißflog ist einer der wenigen älteren Springer, dem die Umstellung auf diesen Stil erfolgreich gelingt. Und er tut es. Ganz weit hinunter. Ein Riesensprung von Jens Weißflog. Und zu Recht jubelt er. Zehn Jahre nach seinem Olympiasieg in Sarajevo holt er 1994 in Lillehammer wieder Gold. Im Einzel- und Teamwettbewerb. 1996 beendet er seine Karriere, nicht ohne sie vorher dort zu krönen, wo sie begonnen hat, in Bischofshofen. Er war sicherlich schon der Größte, der Erfolgreichste. Jetzt hat er sich hier bei der Vierschanzentournee noch einmal ein Denkmal gesetzt. Er hat viermal diese Tournee für sich entschieden. Nach seiner Karriere geht Jens Weißflog ins Gastgewerbe. Er öffnet ein Hotel in Oberwiesenthal, dort, wo er einst seine ersten Sprünge unternahm. Heute wird der Floh vom Fichtelberg 60.